Wie gesagt, Lara hat eine bestimmte Sprungdistanz. Das heißt, das wird hier ziemlich interessant. Okay. Lara springt halt echt weit. Nein, oh nein. Okay, okay, okay. Ein süße Problem. Bodem des Haares. Warte. Okay. Was wird das hier sein? Nehmen wir das mit? Das ist dumm. Das hat er von allein gemacht. Okay, der Wind ist jetzt wenigstens weg. Der, der uns sowieso nichts ankommt. Das war auch nicht das, was wir haben müssen. Ach, komm schon. Fand die dir gut. Was? Nein, was? Oh, komm, diese Dinger sind so blöd. Diese Dinger sind so blöd. So. So. Nein. Sie haben die Haare. Rum. Ich weiß noch nicht, ob ich von dem Stück schon... Ja, das war blöd. Aber das sehe ich halt leider zu gerne. Das ist jetzt schon mein Lieblingslevel. Okay. Danke, Lara. Ich habe mich noch nicht bewegt. Oh, ich sage es dir. Wäre ich gesprungen, dann bin ich schon sicher gewesen. Warum ging es jetzt ohne Probleme? Ja, danke. Ich werde es nicht verstehen. Aber ist mir auch egal. Hier sind wir mit Luft fertig. Dann... Gehen wir hier weiter. Okay. Wo war Erde jetzt? Erde war Mitte. Hier sehe ich das Erdsymbol jedenfalls. Wenn ich das System dahinter verstanden habe, dann sollten wir jetzt nicht durchfallen, sondern weiterkommen. Genau. Okay, das war schön. Zorn der Bestie. Welche Bestie? Die Bestie? Eine Statue. Oh. Ich möchte noch mal anmerken, wir sind gerade unterm Louvre. Ah Gott. Komm, weil es so schön aussah, machen wir es nochmal. Ah, ich glaube, ja, der Fakt, das war so weit gesprungen, so ist halt tödlich für uns. Sollten am besten genau hierbleiben und nichts machen. So. Komm, wir gehen nochmal hier rechts, äh, links rum. Ja, da ist links, Patrick. Das fällt sofort ineinander. Zusammen. Gehen wir mal hier rum. Wollen wir jetzt einfach mal alles probiert. Okay. Okay, es scheint der richtige Weg zu sein. Wenigstens eine gute Nachricht. Oh. Höh, äh, was war das jetzt? Oh, oh. Hm. Oh Gott. Oh, was zur Hölle. Okay. Das ist klasse. Das war ein bisschen tummatsch für mich. Okay, ich glaube, ich habe nur noch die Hälfte davon verstanden. Oh Gott, man muss ja abspringen. Gut, er kann, Patrick, man muss abspringen. Nein, und man muss auch wirklich springen, Lara. Ich drück die Tasse nicht einfach so. Ich drück sie nicht aus zum Spaß. Ich drück sie, weil ich springen will. Das Spiel ist mir abgestürzt. So, nachdem gerade das Spiel die Abenteuer im Untergrund vom Lugger nicht standhalten konnte. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Warum nehme ich mir nicht die Zeit? Mann, ich habe sie ja. Und auch das mag das Spiel nicht. Mir ist das Spiel noch nie so häufig in einem einzigen Level abgestürzt. Ich finde es jetzt schon klasse. Und dabei wollte ich mich nur dranhängen. Danke. Speichern bevor das Spiel wieder abstürzt. Oh, klar. Großartig. So. Ob hier sollten wir erstmal ein bisschen sicher sein, wollte ich sagen. Ich komme jetzt ja auch ein bisschen blöd, wenn genau das runterfällt, wo ich gerade draufstehe. Ich bleib hier hängen. Das ist mir egal. Ich dachte, ich würde das Spiel wieder abstürzen. Das nicht mit meinem Skill klarkommt. Ich muss mir alles angucken und er stürzt dann ab. Jetzt weiß ich, was die Entwickler mit dem Zorn der Bestie meinten. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig das Spiel abgestürzt ist, obwohl ich es jedes Mal neu gestartet habe. Das war ein bisschen zu viel. Ich habe nicht mitgezählt. Danke. Danke, Daryl. Das ist großartig. Was zur Hölle ist hier jetzt los? Äh. Was? Was? Warum? Hallo? Warum ist denn Bohnen jetzt ein Loch? Warum ist hier ein Schalter, den ich betätigen muss? Aua. Hallo. Hallo. Aua. Ich brenne. Ich bin brandheiß. Okay, wir können uns so wieder löschen. Ähm. Ja, Leute. Ähm. Ist ein bisschen blöd. Findet ihr nicht? Ne, findet ihr toll, ne? Dacht ihr mir schon. Ich brenne wieder? Lasst mir in Ruhe. Lasst mir einfach in Ruhe. Ich will gar nichts mit euch zu tun haben. Ich bin froh, wieder hier raus zu sein. Denn hier weiß ich wenigstens, dass mein Spiel nie abstürzt. So. Ich habe schon große Angst davor, dass mein Spiel wieder meint. Ne. Zuflucht des Feuers. Habe ich es richtig gesehen? Das wird doch wieder so. Das wird doch wieder so ein Chaos sein. Wenn wenigstens sieht es cool aus. Was? Gott. Snü haciendo. Gott. Vielen Dank.